Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Hunter. Ja, heute mit dem Benjamin. Moin. Ja, vielleicht kennt man ja noch. Unwichtig, weiss, und... Ja, moin. Ja, sorry, dass das jetzt nicht geklappt hat, die Woche, mit zwei Videos. Ist sie dann am Donnerstag nicht ausgegangen. Ähm, ich versuche, die Folge heute noch hochzuladen, ansonsten kommt sie wieder Donnerstag. Ja, dann gibt's heute halt mal zwei Videos, ist ja egal. Aber ich quatsch jetzt nicht einfach zu lang, sondern wir gehen jetzt mal los. Bis gleich. So, da sind wir wieder, mit einem Elf. Ich seh ihn zwar gerade nicht, aber schieß. Ja, ich seh ihn, warte, bleib ganz ruhig. So. Ich will es noch näher ranlassen. Ah, da drin war noch ein Weibchen. Ich war bei dir schon dort. Der hat den Knall liegen müssen. Ja, man, das ist ja gut. Ich muss noch runter sitzen. Ja, ich hab ihn ja eigentlich lange herzgegeben, aber mir hat er nicht verkraftet. Du hättest, du hättest ihn auch komplett aufs Herz schießen können, das geht beide hier ganz gut. Ich wollte ihm erst auf den Kopf schießen, weil er da so schön stand, aber dann hab ich gewartet. Ja, ich hab ihn ja nicht zu lange gewartet. Bist du auf? Ja. So, kann ich den jetzt... Jetzt geht's. Ähm, körperrechte Lunge, Körper. Also, zwei, drei Feier. Ja. Ja gut, da wird ich sagen, wir melden uns beim nächsten Tier wieder. Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und da vorne ist jetzt die Elchkuh. Der wird jetzt nicht schließen. Lieber Gott, ich schieße mir die kleinen Tiere. Ja, wenigstens liegen sie bei mir dann. Bin so lustig, was? Den hätte mir der Zoh 43er zum Liegen gebracht, auf die Distanz. Auf die Distanz, ja. Ja, das waren 10 Meter. Ja, ich weiß nicht, du hattest ihn angenommen. Das hättest du sehen müssen. Ja, hab vergessen, schauen. Ja, guck mal nach, nochmal. Ja, komm, wo ist sie jetzt? Oh, mit der Weltmehr, wenn ich schießt, bis gleich. So, jetzt. So, macht man das. Damit der Waffe ist also auch was anderes. 30.06 ist ziemlich gleich stark. Nimm, 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 nimm. Nimm, nimm. Und mein Schuss war weiter wie deiner. Ja, gut. Ich würde sagen, ich meld mich wieder, weil wir wieder was vorhaben. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und da vorne steht der Rentier. Kannst du, kannst du noch warten, bis ich nicht da bin? Sorry. Das stand vor mir. Wie weit vor dir? So. Da liegt's. Na, nimm mal auf. Mal sehen, was das für ein Tieschen ist. Na, ist ja kleins. Linke Lunge, Herz, rechte Lunge. Ach, Gott, schön. Das ist ja knuffig. Ja, machen wir trotzdem. Ach ja, ist ja gar eine Mission. Ja, ich würde sagen, ich meld mich wieder, wenn ich wieder was vorhab. Bis gleich. Eins. So, das sind wir wieder. Ähm, er hat es. Scheiße. Liegt meins? Keine Ahnung. Ich glaube, ja. Kann doch sein, dass ich aufs Eins geschossen hab. Ich weiß es nicht. Ich hab einfach die Kugel. Ich hab aufs Hintere geschossen. Ja, ich hab aufs Vordere geschossen, aber da war der Baum ein bisschen vor. Gucken, ob Schweiß da ist. Ja, ähm, ich hätte jetzt fast vergessen, die Aufnahme zu starten. Und ja. Ja, ich dachte eigentlich, das meinst du mit den Runterzählen, Alter. So, das war jetzt gleich meins. Ja, das war meins. 476. Aber ich glaub, der 1 war, äh, größer, oder? Ja, aber. Ich weiß. Das könnte von meins sein. Weil meins, meins ist im Knall gelegt. Meins, Lunge, Herbst. Also, das hätte ich jetzt nicht annehmen können, weil du deine Stimme angenommen hast. Nein, das geht, bis ich mit dem Foto machen fertig bin. Kannst du das? Ja, aber die Spur hat es. Du konntest auch so annehmen. Du weißt, du weißt, gerade bei den Menschen mit Fotos machen. Nein, ich mach noch immer Foto. Okay. Äh, ich hasse es, Fotos machen. Äh, wir melden uns wieder, wenn man das nächste Vorhaben. Bis gleich. Ach, und da vorne sind ein Haufen Rentiere. So, das sind wir wieder. Mit einem Elf und da vorne sind. Ach, da hinten. Zwei, drei Rentiere. Ich will einen Bullen schießen. Ach, jetzt sehe ich so, sehe ich es bewegen. Mensch. Ähm, wir schießen, aber warten noch. Wir lassen sie näher ran. Lass sie mal hier bis hier vorne auf der Wiese kommen. Ich höre aber was. Ach, Fuchs. Oder? Da vorne. Ach, da. Ich hab nämlich... Äh, kannst du den einen Bullen da? Dann schieß ich den Fuchs. Kannst du den vorderen Bullen? Warte mal. Oder warte mal da. Da oben ist der Elch. Da oben könnten wir schießen. Ich schieße auf den Elch. Warte. Ich will nur den Elch spotten kurz. Boah, ey, so viele Tiere ist ja erst gar... Komma. Warte, warte, warte. Jetzt geht mein dämlich Elch wieder. Ja, wo sind meine Rentiere hin? Jetzt haut der Fuchs ab. Kannst du? Ja. Drei. Zwei. Eins. Zwei. Weile ich am Platt. Scheiße. Was ist? Du hast vor mir geschossen. Ja, ne, wo ich eigentlich jetzt erstmal scheiße gesagt hab, ist mein Rentierbulle gerade abgehauen. Ja, der ist vor irgendetwas geflüchtet. Ja, der Fuchs wird uns mitkrieg haben. Ah, so ein Scheiß, ey. Nicht der Weg links zu? Naja. Keine Ahnung, war aber am Platt. Ich geh mal da immer dahinter gucken. Irgendwas hab ich getroffen, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich melde mich, wenn ich meinen Elch hab. Bis gleich. So, der Benevira, und die hat mein Elch gefunden. Der schaut nicht mal so schlecht aus. Oh, da war doch feiert. Wartens Dank, da mach mal ein Foto. Na, komm, da kommt er. Tja. Ich würde sagen, wir melden uns, wenn wir Benjamin Serentier haben. Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Da vorne ist er Rentier. Schießt du? Ich kann schießen. Ich kann in der Bibel verschwunden. Soll ich schießen? Ich will auch mal wieder ausschießen. Ja, dann schießt. Ich kann schön. Och ey, Leute, das ist doch gar nicht. Warte mal kurz ein Stück sich da ran. Ich hol's dir bis auf den Meter her. Ja, das wäre nett. Da vorne sind zwei. Wo? Weiter links ist auch eins. Ich sag, ich brauch den Bullen. Ja, das linke ist der Bulle. Wo denn jetzt? Wo siehst du die denn? Auf dem Weg oder wo? Vor dem Weg dort. Das eine. Jetzt kommt der Bulle vor. Den könnt ihr... Jetzt ist er hinterm Busch. Warte, ich schreibe auf den kleinen Hügel hier und dann... Wo bist denn du? Da hinter dir. 15 Meter von dir. Da vorne ist der Bulle und das Weibchen ist da rechts drüben. Sind zwei... Oder? So, der Bulle kommt jetzt auf den Weg. Ja, warte, oh ey, komm ich nicht so schnell vorwärts hier, ey. Und da rechts drüben ist es Weibchen. Oder was ist das? Ja, das ist Weibchen. Ja, ich schieße es mal. Ähm, sag, aber ich schieße aufs Weibchen. Ja, warte, ich komm jetzt hier neben dir. Ich muss mal einen Bullen sehen hier. Wenn ich ihn irgendwo sehe, das sieht auch sehr ästhetisch aus wie du da nimmst. Der Bulle liegt... Ach nee, hat mir so ausklaut. Alter, du ist ein trappendes Weib jetzt. Weiß ich nicht. Was schieße ich jetzt aus dem Bullen? Ich ziehe runter. Warte. Kann ich, oder? Wart mal. Nee, der hört nicht auf zum Traum. Kannst schießen. Drei, zwei, eins. Ey, das gibt's ja wohl nicht mehr. Das gibt's doch nicht, du Sack. Ey, das ist glaube ich schon gewesen, wie ich geschossen hab. Ich hab nochmal auszusehen geschossen. Oder warst du das jetzt? Ich hab nochmal geschossen. Ähm, ich sammle ein. Jetzt hab ich so einen Dauerton bei dir, das ist scheiße. Wie Dauerton? Immer dieses dauernde Rasseln von dir. Warte. Jetzt ist er weg. Das kann drauf im Körper, linke Lunge. Ein bisschen größer wie meiner. Ich glaub, Tampnell wird er er. Ich hab nochmal ganz ruhig hier. Ähm, stellst du die zu mir dahinter? Also da, wo ich stehe. Ähm, versuch mal, ähm, das reinzukriegen und setz dich mal, setz dich mal, setz dich mal jetzt dahinter. Verhalten mal so und dann setz dich mal dahinter jetzt auf deiner Seite. Nee, das passt schon so. Also, das war's auch wieder. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.